Uhu, ihr kleinen Häschen! Ihr wartet alle bestimmt ganz gespannt auf Ostern. Es ist ja bald soweit. Und deswegen machen wir heute mal ein kleines österliches Fingerspiel. Viel Spaß! Dieser Hase heißt Franz Mayer. Ostern malt er bunte Eier. Aber nachts, da schläft er tief und fest in seinem warmen Kuschelnest. Und mit den ersten Sonnenstrahlen fängt Franz Mayer an zu malen. Eier. Rot, gelb, grün und blau. Manchmal hilft ihm seine Frau. Spät am Abend legt Franz Mayer seine schönen bunten Eier in ein Nest aus grünem Gras. Das bringt allen Kindern Spaß. Und findest du auch ein buntes Ei? War sicher eins von Franz dabei. Von mir. Tschüssi. Zimmer. Gut.